In München beginnt am Morgen der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Angeklagt sind der frühere Vorstand des ehemaligen DAX-Konzerns Braun und zwei weitere Manager. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen u.a. vor, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber, um geschätzt gut 3 Mrd. Euro betrogen zu haben. Braun bestreitet die Vorwürfe. Mit einem Urteil wird frühestens 2024 gerechnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017